du moin da ist er wieder ja hier geschwindigkeit minus vier grad ja ganz toll tag vier ne ja vier tag 33 bis 47 geht nachts 1 uhr so ich weiß gar nicht was in der letzten mal gemacht haben und hier müssen wir mal gerade habe ich wieder ganz toll geschafft moment ich muss jetzt mal hier machen wir gleich mein handy auf laut losstellen passt schon hier gab es angriff hat mir funktioniert was wollte ich sagen es gibt neuen patch angekündigt 24 erster das heißt das hier nämlich sonntag 22 auf das kann sein dass er das am 23 sehen also 24 gibt es neuen patch es kommt tierzehmung unter anderem ist wieder so ein ding weiß ich wieder nicht geht es in einem bestehenden spielstand oder nicht werden wir sehen so die erzählung ja gut habt ihr dann immer fleischversorgung und sonst wo kann man das eigentlich man könnten doch mal hier ist schon auf schlachten gestellt machen das mal schneller ist nicht keine forschung in der warteschlange weil man kann ich das eigentlich hier mit drauf drücken ja das gibt nicht mehr so viel wir könnten jetzt das digitale funkgerät mal erforschen das machen wir auch und dann gucken wir mal da sehen wir nämlich schon ist so ist traummäßig sie zu haben eigentlich hier ja gut wenn das dann nicht in einem bestehenden spielstand geht muss auch mal gucken nur noch mal neu anfangen dann sind auch die bugs draußen entladen ist eigentlich ziemlich voll passt schon muss man auch mal hier gucken wie sind wir haben wir denn hier das ist ein herd damit erreicht 9 kaffee auf lager limit erreicht machen eigentlich irgendwas brot machen wir nach fleischsuppe und getreide brei ist auch erreicht macht den mal auf fünf so weiße schnelle was haben wir noch mal bei lecker nach brot des leckeres dings fleischtopf haben wir denn nicht gemüsetopf das bitte nicht und dann machen wir das mal so und dann machst du das auch bis was mal drei irgendwo warten auf matte das auch geile macht bis fünf an die bis fünf guter macht die der die sie kocht mal gucken dann ist das gleich fertig dann müsste es eigentlich wieder auf brot ein brot geil das schauen wir uns so an jetzt machen wir fertig das ding so zack ab in den kühlschrank wie viel platz ist da eigentlich noch drin kann man so machen ach gott so was machst du denn jetzt dass man gerade gucken ja ach die haben die fleischsuppe rausgenommen alles klar aber nicht irgendwie doppelt da drin das ding damit erreicht ja zwei gemacht muss man gucken das steht doch eigentlich irgendwo immer kochen zwei kein fehler ach nee kein fehler bei kochen zwei glückseffekt plus sechs das ist gut wo holten die jetzt die materialien für das brot wo haben wir denn das wo renten die jetzt sind verfolgungswahl hier daten ach so ach hier ach so unterdach und befristet pflanzliches öl rauchblatt unterdach da kann man doch warte mal das pflanzliche öl das können wir doch hier irgendwo hin verfriemeln oder hier sieht so ein bisschen voll aus ziemlich weiter weg bis dahin können wir hier noch eigentlich wir können doch hier mal für was brauchen wir dieses pflanzliche öl eigentlich noch wie viel sprit haben wir eigentlich ich will man ach so apropos sprit so lange nicht das ist doch der klamotten schrank ja genau weg mit so dann passt das passt das passt das synthetische helm den kann man auch weg machen wie siehst du denn eigentlich hier aus so lange nicht hier rum hantiert so da müssen wir nicht da bin ich mal hin buch synthetische hose das geht aber hier der ok kriegst du den sperr bist du denn echt was bist du ach du bist ein ulf mal den tun wir nicht jagen was wollte ich sagen hier sind schwer was wo wird denn der hier noch mal diese dings gemacht aber hier wird das öl gemacht flüssiger brennstoff auch so auf lager öl und fette wieso machten das eigentlich gerade niemand um das vorsichtig auszudrücken sperr 2 aber moment sperr 2 war noch mal eins mehr so wieso ist denn an der werkbank niemand was machen die hier kannst du hier gucken transportiert nach william ja dann wird das da hinten hingetragen was ja auch nicht so toll ist weil da hinten ist unser ballon dann machen wir was anderes dann machen wir nämlich hier ein lager hin wo ist denn das lagerräume und wieviel holz haben wir denn 865 und metall haben wir das machen aber metall schrott machen wir hier so ein ding hin hoch und sagen dem nur sprit alles abwählen nur sprit und dann kommt der nämlich hier raus sprit weg da tut man wenigstens dahin machen richtig wieviel haben wir denn 21 uhr ne jack bist du eigentlich gut ne der ist überhaupt nicht entspannt du bist entspannt deswegen brauchst du das jetzt machen wir schneller so können wir das hin zack dieser tiefen entspannt er ist er ist er schläft so wie das also gleich so jetzt wollte ich mal gucken wie wir das mit dem sensor machen wie ist denn das eigentlich wenn das licht abends ausgeschaltet also eingeschaltet wird und dann abends aus aber hier müssen wir mal gucken hier sind ja die dinger und irgendwo ist doch eigentlich wir wissen du du bist ein blitzer leider aber wo ist denn der ding haben wir nicht bewegungs melder doch da oben steht er doch hier hier ist das problem hier die können nicht über die hohe mauer schießen was dann bedeutet wir haben nur die da gibt es doch noch eine kleinere mauer oder bin ich jetzt komplett die die viel ziegelsteine haben wir denn die hat 100 die hat 50 die die ist nämlich nicht so hoch sagt mal her genau da müssen wir nämlich auto speichern macht immer hier mit stück langsamer machen hier das mal wieder weg gehe nicht kaputt abreißen ich weiß das kann man irgendwie auch so lang ziehen ich mache es mal so und da machen wir die andere wand dahin dann könnte nämlich drüber schießen die ist nämlich zu hoch oder machen wir das auch muss man jetzt gucken das hat jetzt kein angriff kommt ne so news 4 grad wird schon wieder brot ist denn als das brot hier so meinst du hin ach so schlachten passt so stopp fehlfunktion windrad machen wir hier eine einfache und dann tun wir jetzt hier eine verteidigung mache und noch mal ein zaun und das wird jetzt da auch dran natürlich nicht so müsste passen das müsste passen 800 680 passt ja schon die steine hat er jetzt wieder schon zurück gucken wir mal wie viel sprit haben wir die biotika verbände heilen das balsam das haben wir waffen mäßig sieht es nicht so prickelnd aus 20 sprit ist natürlich auch nicht die welt aber wir können doch warte mal kann doch nicht sein dass man hier den sprit und so für das wo sind die dinger da so machten der da bier auf lager 3 in produktion ach so das geht erst noch es gab doch da nicht gab es nicht wie viel haben wir denn vor diesem komischen gemüse 50 hat kommt da rein groß gemüse das musste nicht bis 100 nix demontieren hoch so 100 das aber hier wie groß ist es wie viel ursache ich schon ach sehr macht er wieder kommt erst die schild okay aber wir haben doch eigentlich das problem dass es gibt doch diese elektro öfen oder nicht dass wir hier gucken weil man schneller es gibt doch diese elektro öfter was macht denn der noch mal jetzt stellen den mal hierhin ich will das mal gucken da könnt ihr den mal bauen edmund forscht wo sind wir da 37 prozent ach ja genau die schneider die alles klar das brauchst du erzähl ich was was ach nee ja bau mal die wand der guter mann die transportiert die geforscht die schoss zu essen für mal und jetzt tust du den bauern edmund danke aber die materialien genau hier passt es doch schon hoch hoch wieso zack wieso mach das mal weg die funktion decken dann wäre das kannst du machen machen wir die decken dann packen ach so ziegelstein ok schmelzen erze herstelle mit der legierung aus jetzt nie dann schalte mal aus schalte mal aus links turm dann gucken wir hier noch mal rein dann versorge acht von ist natürlich nicht wirklich der held ne entladen 40 leer in sechs tagen das passt alles das passt alles zeig mal her so dann gucken wir mal hier sieht wirklich ein bisschen aus wie in irgendeinem lager oder sowas das passt schon so hier die wand ist noch nicht fertig der hat wieder nichts zu tun und zu reichen die fertigkeitsrufe bist du hier irgendwie wie groß ist denn nachts um zwei aber du kannst du eigentlich morgen was essen ausgeruht er ist eigentlich ausgeruht ach weil dass mal bitte die x anlage wie viel sprit haben gente drin sehen aber irgendwie habe ich das gefühl dass der sprit nochmal 100 kurzer bogen kurzer bogen so holt sich wie jack über über ach ja technik okay nochmal in der verwaltung wir gucken jetzt noch mal hier was ist denn das beobachten montieren forschen ist es nicht jetzt kochen natürlichen 1 das ist klar bergbau marki hat eine vier drin und jack der sechs alle heilen dies macht die nicht versorgen ist uninteressant jetzt erst mal bauen jagen manchmal auch wenig ernten ist klar holz fällen ist auch da machen wir nicht so pflanzen bergen das müsste handwerk seine werde hat die netze ist natürlich stark und lange an der sieben die hat nur ernten und pflanzen auch eine 1 das mache ich die lager mal hier hin weil das kommt ja nicht so oft vor hungrige schädlinge wat hungrige schädlinge wo denn buch da musst du aufpassen die fristen uns das zeug weg bin hier ein baum die man ja wohl noch nicht so jetzt hier kommen was ist hier hier war der stein rennen ja das reicht alles noch bis 300 nicht genug ressourcen die nach ärzte ach hier machen wir den kram haben wir aber mit erreicht mit erreicht okay dann passt das schon sommer gucken greifen die an also was heißt die greifen die sind die fressen halt ne wie viel sind das 54 lass mal gucken wo die kommen müssen wir nicht mal aufpassen und sitzt wo sitzt er denn im stuhl ach hier ach so wir haben ja noch winter ne 15 grad erbst und danach der winter fehlfunktion deckenlampe schon wieder wie oft geht die eigentlich kaputt das mit dem öl müssen wir irgendwie mal regeln das öl muss da weg noch sehe ich nicht dass die kommen aber ziemlich viele sind ziemlich viele edmund bergen sehr gut guter mann was wurde denn da raus aber noch ein stück er braucht noch ein stück ach so die macht hier ja 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 marki hat das wird eigentlich das öl gemacht ich glaube das öl sollte da mal weg das lampe muss kaputt ohne für ihr gucken jetzt laut steht das geht so nicht wo sind sie wenn sie weg ach die sind das wandern ist das müllers lust oder was war die denn hier ach so hier kollegen so jetzt hier ab kommt mal her kriegen wir die geregelt weil die hauen schon ab ne sag mal her so komm daneben ist aber tag deswegen ist 19 uhr wo die das nebenher machen jetzt wird es natürlich blöd dass die auch blind sind wie ein huh blind wie ein huh jetzt sind ja ziemlich nah dran musste aufpassen so dann kriegen wir das schon gebacken hier gerade daneben ist mir schon klar natürlich gehen wir ein stück zurück müssen die uns hier nicht so jetzt guck mal hier wie ich werde die auf den neber schießen naja komm macht feierabend macht feierabend geht nach hause was das schon die tue ich jetzt nicht einsammeln so es ist nämlich wieviel uhr 22 uhr vorherige mahlzeit beenden nach so alles klar warte auf behandlung wird schon gemacht kein thema schnitt behandelt schnitt behandelt ist rumlige schädlinge gut hier die bäume essen die ja nicht die man hier angepflanzt haben ne bäume essen sie nicht so dann gucken wir nämlich jetzt hier noch mal das mit dem öl das gefällt mir eigentlich nicht dass da hin wie war das mit dem kopieren weiß ich nämlich gar nicht mehr wie das ist gut da ist eine tür aber dann können wir ja mal hier hinstellen dann machen wir hier noch ein Möbel wo war das mit dem Möbel Lagerräume Lagerregal Medaillschrott das sollte passen der kommt ja wohl da durch oder ich stelle mal lieber hier hin zack und dann Schrott so wie ist es eigentlich morgens um sechs wieso forscht er jetzt hier nee nee du forschst jetzt nicht du brauchst jetzt das Lagerregal da kommt nämlich da raumschiff schrott mit groß brennendes objekt aha ja 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 manchmal langsamer und jetzt mal nämlich hier alles abwählen da kommt nämlich hier dieses komische öl hin wo ist denn der kram öle und fette glanzliches öl das machen wir da rein und dann kommt nämlich hier das pflanzliche öl weg öle und fette glanzliches öl check forscht oder man marki trägt ein brot repariere schießscheibe ja ganz wichtig und hier macht schon wieder niemand was warum eigentlich nicht warte auf materialien ach so der edmund trägt jetzt erstmal ja gut das ist ja der unser der vom dienst in anführungsstrichen ähm aber dieses öl das wird glaube ich hier drin gemacht kann das sein ja genau da ist es ach das wird daraus gemacht okay so wie viel brauche ich tue das mal auf 150 erhöhen so guck und dann geht das nämlich viel schneller da was trägt er denn da eigentlich durch die gegend was machst du denn und was liegt denn hier rum äh wo trägst du denn das hin ach das ding ist kaputt warte mal lass dir mal gerade hier machen so stopp nee nee edmund hier kein verfügbarer lagerplatz das ist doch hier irgendwo ne kann eigentlich nicht sein ein mittel das ist ja eigentlich kein verfügbarer lagerplatz ach mal das hier ne kann eigentlich nicht sein guck mal hier frei fünf bei zwei drei fünf wieso heilendes balsam auch da war die erste hilfe kasten rein und das erste hilfe kasten hier ne edmund ja danke was er wird für edmund und geht er macht beide trage trage den kram mal rein so da haben wir von irgendwo einer aktion aktion ja aktion nach gott expedition mitgebracht so gehört sich das alles klar wir sehen uns in der nächsten folge kommen was der patch bringt bis dann ciao ja 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 ja